Roll, gut bei den Zweifeln. Und nun, Sie haben es gehört, die Entscheidung im Weinsprung. Weinsprunganlage 3A aus 3B, sechs Finderlisten. Die Finalsprünge beginnen bereits, gehen gleich, die Wacke klappt nicht um. Die nächste Springer, wer spielt hier am weitesten? Die Damensprünge, Weltrekord der Damen, Stevka Kostenova, keine Bulgarien, der liegt bei 7,52 Meter.